Moin aus Hamburg. Ich finde es schade, dass so wenig Leute wissen, was der TOA ist. Ich muss auch immer erklären, wo meine Mama denn arbeitet und was ein Täter-Opfer-Ausgleich ist. Aber wenn ich es erkläre, sind die meisten immer sehr begeistert. Und ja, ich finde es gerade deswegen so schade, dass die wenigsten wissen, was das überhaupt ist.